herzlich willkommen zurück zum super war wird mit unter 99 unglaubliche leben ja ohne es hilft es hilft nur wenn ich fertig bin jetzt werden dass ich nicht hin und her gehen muss und einig sammeln wichtig zu wollen ab auf zusammen mit diesem laketurm holz ja ich weiß es nicht aber nein danke ja das wollte ich sehr schön nein ich habe es aufgesammelt ich brauche ein mann ab mir ich habe schon genügend ich dachte schon ich dachte schon sind nicht ein bonus geben ist hier nicht was oder habe ich jetzt versaut oh nein sehr schön perfekt oder das soll das geheime ziel jetzt kommt das normale ziel mit dieser stimme werde ich so froh wenn es jeden tag so werde alter weil so wie heute echt super schön wie es aber leider leider kann man nichts daran erinnern auch mit absicht das spaß macht leo leo euch alle ich habe jedes mal angst hier klarer panzer joshi kann fliegen sehr schön sehr schön ihr habt bestimmt schon bemerkt dass mein internet doppelt so schnell ist und vor allem dass die videos aus auch gott zeit dauern schneller ist beim hochladen ich hoffe ihr habt es alle mit bekommt bestimmt falls falls es bei euch ankommt ihr zuschaut wir haben flügel oder nutzt wird sie das ist mein liebes welt also liebes jäbel liebes welt natürlich auch ja auf aller fälle habe ich ja eh schon gesagt war meine stimme stottert stottert schon wieder ich hasse das stottert von meiner stimme egal wie langsam ich spreche egal wie schnell leider stottert 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 es immer ohne 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 er ist ohne erst hier hoch noch einmal Prost so das hier sind keine Gumpers sondern die jetzt klären so oft genommen ihr will aber ich kann es nicht bergten die mario wird sie das keine Gumpers die haben ganz einen anderen namen schreibt es bitte in die kommentare würde mich interessieren ich habe die namen komplett vergessen falls mir überhaupt jemand zuschaut und sonst ich will es sehr interessieren was die biete wie es zu eigentlich war man sieht so als Screenshots aber Hex gibt es keine davon also davon von den bieten wenn ja sind es meist nur schmarrn oh nein darf ich nicht fliegen ne habe ich gesagt bei Let's Play fliege ich nichts äh die ganze Himmel durch weil sonst ist es ja unfair falls es euch schlecht wird zwischen Yoshi Entschuldigung da dreht sich das ganze Level mit Yoshi wie hältst du das auch aus Formado wie kann man das aushalten ich habe schon mal erwähnt dass ich äh Slendern mit eigentlich Let's Play wollte nochmal aber ich habe gesagt ich würde auch gern mit dem Kamera Let's Play also mit dem Game schon wieder 1-Up Mensch aber leider müssen wir warten bis wir ein anderes Programm dafür haben bis nächstes Jahr leider ist zu lange warten bis nein da waren 1-Up also ja egal egal wir haben schon genügend oh man wo der oder bis ich meinen Gaming PC habe weil dieser PC Acer wo ich jetzt habe ist leider zu schwach dafür oder oder ich deswegen spare ich bis nächstes Jahr auch für ein Gamex PC mehr auf jeden Fall Thera Byte und mehr Power mehr Grafik und so weiter und so weiter ja darauf freue ich mich schon brennend aber leider ist ein Jahr ja wenn man auf was wartet lang das schaut aus wie ein Penis Entschuldigung aber es ist so und nein oh shit Glück gehabt ja mein Lieblings YouTube habe ich schon oft genug erwähnt ne ich hoffe auch in Mario wird ja gut ich muss jetzt nichts alles dreidach so mal sagen ne und sonst würde es euch interessiert sagen ich es von mir jetzt nochmal ich sag es immer wieder gern ja 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 das nicht ich versuch so lang bis es schafft auch wenn es um stunden handelt das gibt es doch nicht ja gut ein versuch noch umsonsten das auch hier nein geht es nicht ja leute tut mir leid ihr müsst es antun warum willst du mich nicht was habe ich dir getan das gibt es auch nicht warum immer wird es diese eine blöde stelle einmal noch noch einmal das letzte mal ich kann nicht damit erfüllen warum will das denn nicht jetzt wird es so schön ich gehe langsam richtig raus nein ich bin da vorne wäre es gewesen 1 was aber es ist langsam wisst ihr was da hinten ist eh nur noch one ups als teuer lasse ich es lieber ich bin ein loser oder hier egal schneller ja und dieses mal kein game ofen alter man bekommt angst wenn es um lava geht entschuldigung dass ich euch mit dem flug die zeit verkleidet habe naja dom tenor hat es geschafft ich leider nicht und man kann es noch einmal versuchen zu suchen mit l und r gedrückt halten sehr schön geht nur mit l und r gedrückt halt mit aber nicht nur kleiner tipp noch mal fast sie jetzt bald nicht kapiert habs oder nicht verstanden haupt sei es mal so schade die welt der wald war es schon reuss schloss oh nein bitte das nicht ohne ich habe es bei youtube amal bursche gehaust naja hilfe und da warst du mir hier nicht schlecht wie bei wende meister anliegt gepost wenn der meister kann man auch irgendwann noch jetzt bestimmt aber vielleicht nicht vielleicht dass auf alle fälle das ist schon gemein vorwärts davon nicht stehen bleiben ob hier schon wiii stochel jetzt habe ich doch mehr angst im stochel ich fahr damit nein scherz wirklich blöd die hohe die hohe die überhaupt nicht k jahr hier oder wollte ich nicht holen k k k k k k hier ist hoch 9 gefährlich nein hihihi ich habe Angst bekommen ui roi kleiner dicker roi ich hoffe ich bin jetzt niemanden das ist nur im spiel als ich jetzt sage nicht dass es irgendjemand von euch betrifft soll ich sagen nur den rollen im spiel keine angst so thank you bitte joshi kein problem jawohl sowas liebe ich kleiner gig mit explosion wicke hier soll es nicht wie auch geld zu let's play aber ich finde immer noch die gaming pc zu scheiße ich muss so lange warten bis nächstes jahr ja ja safe auf aller fälle schokolade schokoladen land und diese die news die norme weiß ich jetzt auch nicht oh nein war nicht ihr was jetzt zeit bei einem level mensch joshi nein jetzt hat alter was das nie wieder die linke joshi feste die lübe ins weg und lecker mit teufel ordner ja man kann drüber fliegen mit feder aber wir schießen und vor Ort auch drüber springen zu begriffen so wie ich das jetzt gesehen habe Lange Welle. Alter, Yoshi! Alter, ja, ich werde gestorben von den... Wenn ich die Switch-Dinge nicht, äh, Palais, so wie die Teile gleich wieder heißen, die Schaltung nicht aktiviert hätte, werde ich bis Sicherheit zurückgefallen. So. Zwischendurch Energy Drink. Schoko-Geisterhaus. Wenn man Englisch nicht kann, ich kann eigentlich kein Englisch, aber ein paar Wörter kenne ich. Wenn man die wichtigsten Englisch-Wörter nicht kann, ist mir echt aufgeschmissen. Ja. Aber richtig. Bei manchen Spielen, bei manchen Wörtern ist es nicht so wichtig, aber bei den meisten Spielen vor allem Horror-Spiele. Na, da, Englisch, ich kann. Alter. Du bist echt weg. Ah, jetzt trennt er mich, das ist nicht so schlimm. Da, Mann. Jetzt hab ich meine Fiele versaut. Da muss man nur Seiten sammeln. Hä, das vorher hat mich eigentlich nicht getroffen. Egal. So. Alter, jetzt leck mich doch am Marsch. Nein. Nein. Ja. Ja. Sehr schön. Äh. Pilz. Vielen Dank. Ach, die drei brauche ich hier. Feiglinge. Bei Fuß. Das dauert. Und ab hier dann. Genau. Dann hier hoch. Und da ist schon das Ziel. Aber das ich weiß, braucht man lange. Und das war schön mit dieser Part. Leider hab ich paar Sekunden die Zeit vergeudete oder eine Minute sogar. Wenn es schlimmer her geht dann auch zwei. Ich weiß, ich schwere, ich schwere, es mit spiel. Ich brauch keins. Ich hab schon genug, Lieben. Ich kann jetzt nur noch nützlich mal sterben, also neuer. Liebe Freunde, Zuschauer, Kollegen und so weiter. Wenn euch diese Part gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Abonnieren nicht vergessen. Würde mich sehr freuen. Teilen, wenn ihr wollt. Kommentieren, wenn ihr wollt. Und sonst sehen wir uns in der nächsten Part wieder. Als dann, bis bald und tschau.